Du bist nicht vorbereitet! Alles, was ihr dazu braucht, ist zum einen Ruf bei Venari. Ihr müsst mindestens zwiespältig sein, um das Ganze zu erreichen. Mittlerweile solltet ihr das aber geschafft haben. Wenn ihr jede Woche die Weeklys erledigt habt, ist das kein Problem mehr. Ich habe auch nicht viel mehr reingegrindet, habe den Ruf ohne Probleme gekriegt. Danach kauft ihr euch den Gegenstand Phantasmatischer Infusor. Verbraucht 100 Phantasma und nutzt die Energie der Substanz, um euch für 30 Minuten zu ermächtigen. 15 Minuten Abklingzeit. Und das Gute an dem Ding ist, es verbraucht zwar euer Phantasma, aber das Gerät selbst ist wiederverwendbar. Das Gute Stück kostet euch bei Venari 3760 Stigia. Stigia war die richtige Währung. Ja, kommt mal ganz zueinander hier mit Phantasma und Stigia und Schlag mich tot. Und einmal gekauft, gehört das Gute Stück euch. Was ihr dann noch machen müsst, ist, ihr müsst natürlich nach Torgas gehen und könnt das Ding dann benutzen. Wichtig, achtet drauf, dass ihr mindestens 100 Phantasma habt, wie in dem Fall. Und dann einfach das Ding rechts klicken und ihr seht, ihr kriegt einen Buff. Phantasmatischer Infusor. Intelligenz um 150 erhöht. Und das Ganze ist ein enormer Buff für euch. Wenn ihr mal seht, dass wir jetzt auf 1500 Int kommen, macht das einen großen Prozentsatz unserer Intelligenz aus. Das Gute an der ganzen Sache ist, ihr könnt diesen Buff wirklich dauerhaft aktiv halten und noch dazu, es skaliert natürlich auch mit anderen Sachen. Beispielsweise, wenn ihr diese Seelenrückstände am Rand aufsammelt, die eure Intelligenz erhöhen, profitiert dieser Buff natürlich auch. Heißt, wenn ihr 1% mehr Int bekommt, skaliert das Ding weiter nach oben und ihr bekommt noch mehr Int. Also alles in allem funktioniert dieser Infusor wie ein, ich würde mal sagen, Riesenfläschchen nur für Torgast. Und allein deshalb ist es schon wert, sich das Ding zu holen. Es macht euren Run doch wesentlich einfacher und gerade auf den höheren Ebenen bin ich der Meinung, solltet ihr euch an Unterstützung holen, was ihr kriegen könnt. Wie gesagt, das Ding läuft eine halbe Stunde und wenn es leer ist und ihr habt genug Phantasma, einfach wieder aktivieren und zack, habt ihr euren Buff wieder. Das war es auch schon mit diesem Mini-Mini-Mini-Video. Das Ganze dient ihr jetzt mal als Erklärung für all diejenigen unter euch, die sich vielleicht gefragt haben, steht ermächtigt mich, aber was macht denn das Ding jetzt genau? So, und ich wollte es mir auch einfach mal angucken, wie es wirkt, den Effekt erklären und ich kann nur sagen, holt es euch, es lohnt sich definitiv. Also ihr seht gerade ohne Ermächtigungen und alles fahre ich am Trash, ich habe auch keine Anima-Boni, einfach mal so aus dem Stehgreif 8K DPS. Und das ist, kann ich euch verraten, sonst definitiv nicht möglich. Zumindest nicht ohne weitere Boni und ohne weitere Vorbereitungen oder CDs und so weiter und so fort. Also, holt euch das Ding sofort, wenn ihr genug Ruf bei Benari habt, es lohnt sich, es macht euch nur ein einfacher. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen, wenn dem so ist, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, reingehauen!